Herzlich Willkommen bei Let's Play The Walking Dead Season 2. Ich bin Kopfgeburt und ja, wir haben den ersten, wir haben erst mal Zuflucht gefunden, sind aber nicht von allen willkommen und wir machen einfach... Wie geht's denn? Ich habe eine Beleutung von Rebecca vor dem Nacht. Als sie geht, wird sie nicht zurückgebracht. Was ist sie? Sie hat viel auf sie in der Zeit, um ein Baby zu einem Weltkrieg zu bringen. Wie weit sind diese Fischtrappen? Es ist nicht viel weiter. Wer will dir jemanden lernen, wie zu shooten? Bei dem, ich meine, dass man proper taught. Any idiot mit einem Finger kann shooten. Ja, aber nicht ein Räufchen. Das macht Sinn. Das ist doch nicht. Das ist das Ding. Das würde wahrscheinlich knacken auf deinem Arsch. Nick war ungefähr dein Kind, das erste Mal, als ich ihn fangen habe. Ich habe einen schönen 13-point-Buck gesehen, nur auf der Räden. Der Mann nimmt den Räden, er nimmt den Räden, wie ich ihn taught habe, und dann habe ich ihn anfangen. Er schreit mich an und sagt, ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht schreien, Uncle Pete. Bitte, nicht mich schreien. Wirklich? Keine Weise. Hey! Warum hast du nicht erwartet? Du bist auf uns, während du auf einen Baum hattest? Du wißt du, wo die Räden ist, Junge. Anyway, ich nehme die Räden aus der Hand, bevor der große Buck fließt, wenn, BANG! Die Räden fangen. Der Junge hat mich an. Und natürlich, der Buck fließt. Was hast du gesagt, diese Räden für? Du hast fast verletzt, gestorben. Ich versuchte, dass es nicht persönlich ist. Warum hast du mir immer einen schweren Moment gemacht? Weil du immer immer anderen einen schweren Moment gemacht hast. Ich versuchte bereits. Sie hat es geschafft. Okay. Ich wusste nicht das. Es ist okay. Er versuchte. Du hast immer versucht, mich zu schrauben. Du machst das gut genug. Du machst das gut genug. Du machst das auf dein eigen. Levin' uns wieder. Ich weiß, wo die Räden ist. Ich weiß, wo die Räden ist. Ich weiß, dass sie etwas zu schrauben. Ich weiß, dass sie etwas von der Räden wäre. Nick nicht mit mir gesprochen hat. Ich habe mich seit ein paar Wochen. Manchmal muss man einen Räden zu spielen. Auch wenn es bedeutet, dass die Leute, die du lieben, leinst du für ihn. Er ist nicht leinst. Er ist nicht leinst. Was ist jetzt los? Oh, shit. Noch nicht sicher, aber es ist nicht dein average Gang von Thugs, so viel weiß ich. Denk an das. Dein Carver, was machst du? Wer ist Carver? Schau die Leute da. Beide auf, einige von ihnen werden immer noch geblieben. Gucken wir erstmal, was der hier so hat. Dieser ist auch schockt. Durch die Hände? Ja. Schau die restliche. Und schau für Ammo. Wir gehen hoch. Was kann ich tun? Schau, ob du nichts anderes findest. Wie was? Wie was uns sagen könnte, wer das getan hat. Was macht das hier? Es gibt noch mehr. Das war kein Rinky-Dink-Pisschen-Match. Was war es dann? Fubauer. Ich weiß, Nick, ich mag das auch nicht. Aber später oder später werden Sie eine einfache Wahrnehmung. Was? Das ist ein Arschluss? Das niemand in der Welt wird niemals geben, ob du etwas magst oder nicht. Was? 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 Dasлейkt! Was? Was? Oh yeah! Es ist alles! viel! siempre! Oh, shit. Okay, gehen wir zu ihm, weil er ernt Munition. Oh, Gott. Oh, kacke. Ich dachte, du hast Munition, die Idiot. Oh, ey, das darf doch nicht wahr sein. Scheiße. Wir müssen gehen. Ich könnte ihn schützen. Wie kannst du ihn einfach verlassen? Das war's mit dem ersten Teil. Was werden wir tun? Was ist er? Someone ist draußen. Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? I can't keep going. I figured we got about four, five more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. I thought you were dead. So, dann gucken wir uns mal an, was davon übrig ist, von den Entscheidungen. So, ja, ich habe das gemacht, was 83,8% der Spieler gemacht haben, um Christa zu helfen. Ja, den Hund haben wir auch getötet. Nix, Entschuldigung, haben wir auch angenommen. Ja, Nick oder Piet gerettet. Super. Okay, das ist eh eine 50-50-Entscheidung. Gut. Somit wissen wir, dass ich eigentlich so im Durchschnitt doch das getan habe, was alle anderen auch getan haben. Das wäre zwar ein guter Punkt für den Cut, aber dann wäre das Video ein bisschen kurz, meint ihr nicht? Oder? Nee, es ist einfach zu sauber. Deswegen, ich mache jetzt doch meinen Cut. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich. Sage bis zur Episode 2 von Season 2. Und ich lasse euch jetzt mit dem Abspann allein. Tschüssi, Kowski. Sous-Tit. Sous-Tit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017